ja hi und willkommen mein name ist an die welt und ich bin mittel barrio was dort und wir begrüßt euch zurück zu residen im letzten paar haben wir das super spagetti monster besiegt nicht auch genannt spagetti mit fleischbähchen ist nur noch ein letzter gegner übrig und zwar usk holen wir ihn uns denn schnappen wir uns ja wie schwer kann er schon sein ja natürlich hat whisker vor den planeten zu zerstören es ist wesker oder oder in fachkreisen genannt bis kass ich habe die ganze zeit nur gedacht dass er am brummelband ist aber er macht ja jetzt müsste eigentlich kommen und ich gedacht hätte ja wo ich dann erst gedacht christus voller bart gewachsen wegen den schatten ja ich habe ihn mir jetzt letztens abrasiert aber jetzt wortwörtlich verbreiten ja das ist doch das was wir gerade eingesammelt haben so kann man mitgenommen ja da müssen wir dem jetzt nämlich in die zähne wer mit seine kraft verschwindet ja wir sind den überladen aber jetzt gehen wir gehen wir zu denen sitzt ein ich kann ich immer noch nicht ich kann schon mal kann ich ja einsetzen dann bekommt man so eine kleine katze ihn so also ich kenne ich kenne eine szene aus resident evil 4 das war ja geht es auf jeden fall sehr bequem aber wir dürfen keine zeit verlieren jetzt will ich mich auch mal reinsetzen tatsächlich ich wollte schon immer mal kapitän sein aber jetzt ist der falsche zeitpunkt ich würde mich wie ein richtiger captain muss jetzt nicht ob man dauer nach hiefern bekommt oder so aber ich habe ich habe keins bekommen also ich wusste halt nur dass es in resident evil 4 auch möglich ist weil man sich halt den settler stuhl reinsetzen ja wir kommen zur was ich finde schwersten gebiet im gesamten spiel ach du scheiße je nachdem wie wir uns hier anstellen kann hat entweder sehr schnell oder unglaublich lange dauern aber ich glaube an uns und ich treffe dann bin ich brechen ganz am zaun ja dann schieße du glaubst an uns das wäre super wir stellen nicht gar nicht mal so schlecht an also ja ja gut okay ich meine wir sind teilweise ziemlich dumm gestorben das gebe ich ja sogar zu aber wir stellen uns echt nicht schlecht an wir sind gute kameraden weil ich meine wir sind die super brüder unternehmensspiel die superpartner jetzt gestorben und jetzt könnte ja noch im wasser ertrinken wie sagt man ja so schön stille wasser sind ist da jemand und da ist echt immer das dann aufschließen ich wollte schon immer mal einem an einem hebel ziehen ich sollte vielleicht nicht mehr mit der skype hoch noch hinterher sagt ihr denn was wollt ihr denn geht doch weg schön wenn kanate ja ich habe schon wieder mit kanate gehört schon wieder eine granate wir wirken eine kanate die ganze zeit als ich doch nicht du bist du hier der meister ich bin die ganze kanate irgendwo hat die geber zurück ist jetzt mal gucken wo der kanatentyp ist er trifft uns die ganze zeit das war ein raketenwerfer das war eine granate ja wo ist denn das ich weiß es soll nicht das war gucken da oben ist er ich habe jetzt habe ich ihn gesehen jetzt weg knüpfen wir vor ich mache die an der platte da kommt einer glaube ich auch bei den stufen auch in terne den aber her okay land gerade grünes kauf grünes kauf grüß kauf grüß kauf oder seiner männer krefer den habe ich ja habe ich ganz es gehe ich die brübe weggeschossen es läuft noch halbwegs eigentlich irgendwie nicht wir waren die ganze zeit getroffen aber ja aber wir sterben nicht das unten einer lang gelaufen da wollte ich nicht aber sogar kein platz herr mit dem maschinengewehr position war hinter dir ich muss mich heilen warum war einer noch da hat er da oben da ist auch einer gefallen ich glaube den lose grüß kaut raketenwerfer typen hat hinterlassen es hat viel ja der goldkette hier ist noch ein gutes kraut naja sehr gut warte minieren bist du bist du ich bin oben meine tür gefunden es ist frei und ich habe keinen platz aber wir mal die pistolen munition vielleicht ja dann nimmst du ihn ok was ich gebe mir die kannst du nachladen dann gebe ich dir die minen ok exzellent rotkraut habe ich kein grönt stickstoff granaten warte kann ich mitnehmen auch wenn ich den granatenwerfer nicht dabei habe aber ich denke mal dass wir im kampf gegen wesker bestimmt gegen bestimmt einen oder zweimal sterben werden grüß kopf ich könnte blind gar nicht werfen er wird sie weg audios mut schadens wasser dann gebe ich dir das nämlich das kombinieren so jetzt kann es weitergehen hier ist noch ein grünes kraut gibt es nicht warte nutzt es auch direkt so so können wir jetzt bitte weitermachen ja meine wesker ist es so ziemlich schon längst weg es kommt der schwierige teil der kontrollpunkt ist schon eine lange weile ja oder auch nicht ich dachte man muss immer von anfang anfangen so kann man alles eigentlich sammelt ja da ist noch mal machen müssen hätte ich ja hätte ich ja da und drauf hey nötz und bleibt nicht hier schon wieder so so ja 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 es ist oh gott meine schmerz hat gerne ist leer und ich kann ja was geben wenn du willst ja geht aber bitte die schadke position kann ich direkt nachladen ich dachte noch mehr ich bin ich bei ihren sicherheit ich kann mich ja nicht anlehnen ich bin jetzt hier mit sicher kommt doch ja im doppelpark ihr wollt mich doch verarschen und dann kommen noch mehr leute aber gut der hat seinen eigenen kollegen ja abgebildet ja 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 das bist du aber wird geschockt und mann im club platziert und noch eine nein ich habe ich wieder aufgesammelt ja ich bin kann ich nicht ausweichen da gehen wir aus dem weg ja ich habe keine explosiven granaten das ist wirklich den granatenwerfer mit dem ich glaube das mache ich jetzt auch nicht nur ein paar granaten mit ich habe ja noch mehr minu große granaten mit flüssigem stickstoff gefüllt lassen ziele bei aufprall gefrieren die tun nicht töten was soll ich damit ja genau was sollte mit dem schwachsinn ja ich habe neun brandgranaten was soll ich mit dreck die beiden typen meine insekten dinge waren jetzt nicht so schwierig komischerweise nicht so nah daran gehen da kommt noch einer von links deswegen habe ich gesagt nicht so nah rangehen weil die machen so noch mal so jetzt machen wir keine scheiße ja jetzt hat er keine kalten mehr zum angreifen aber die wachsen nach die wachsen ja nach was sollten der scheiß zum anderen warum sind die noch nicht tot weg da weg da sind wir noch nehmen ich bin tot nein mal ging das schneller jetzt hat das in der sich ich dachte wir hätten ein bisschen mehr zeit hier möchte ich gehe mal herunter ok ich glaube du sollst auch irgendwie runter kommen da muss ich wieder hochkommen um mich zu retten ok jetzt habe ich meine miene gestolpert wo bist du denn vorne aber ich habe mir eine übergezogen ich sage das wäre schwierig ja ich merke schon also beim ersten mal gegen die insekten das war einfacher ich habe jetzt ein plan erst mal termin eine pc schon mal eine platziere ich mal hier für die beiden dicken eine hier und da so soll ich mal versuchen ja immer zu kommen so soll ich das denn noch ja weg was mal ich nehme auch mal säuregranaten mit vielleicht ist das ja genau das richtige okay dann einmal hier genau das richtige für die viecher hier einmal hier und einmal hier okay sie schon bei den luftgeflogen oh ja ich merke schon die säule gewahrten sind sehr effektiv gegen die okay armen sind platziert ich glaube wir sollen irgendwo weiter weg gehen ja man kann auch hier hochgehen oder so ne ja ich bin mal hier hoch durch die von hinten abballern so kommt mal ja 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 naja von mir hier so um am besten wenn er überhaupt mehr mit dir mit der fetten vom überhaupt lauf aber auch hier auf lauflaufe sind auch welche ist auch eingeflogen ein bisschen von der getrennt gerade die kommt zu mir bei einer ball auf mich nein bist du wo die dicken sind übergezogen da hatte mir eine übergezogen wir müssen eigentlich nur irgendwo in sicherheit sein von denen ja im moment ich habe meine minen bringen wenigstens in sechsen gegen die insekten nicht aber dafür helfen die säuregranaten okay 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 Ja 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 1 ist down nein ich muss nach oben ich habe es da und dann natürlich wieder meine media aktivierte jetzt mal direkt hier hoch heute ich komme wir können uns ja in den raum da oben verstanden ja dann bleiben wir mal hier oben und eine ball hat schon aber hier solange sicher sind müssen wir da hinten zu einem anderen raum laufen wenn ihr hinkommen aber ich kann die gut treffen von hier aus aber die kann ich auch treffen sehr getroffen und wir kommen jetzt auch ein bisschen hilfe warte mal hier unten den haue ich muss da rein laufen und nein wir können nicht zum ausgang rennen aber wir müssen die beiden besiegen ich bin ziemlich sicher gott nichts anderes erwartet was mit der hochgehen ist ich oh ja weiter zurück ok da unten sind noch mehr richtig haut ja wir kommen auch umlaufen glaube ich aber gar hatte und ich muss nachladen mal in kaut sie mit dem er bleibt mal da darum ja nachladen nachlade nach gott kaputt ich muss nachladen ich bin neu ja ha ha ist da und nur noch welche ich glaube nicht so gut und ich doch endlich alles mit dem alles mit dem alles mitnehmen was ich nie nur nadelfest ist so warte 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 hat den rücken frei gehört gewährleistung könnte ich gebrauchen schlecht brauche ich auch okay noch mal jetzt eingesammelt hier noch mehr gewählten ich sag doch der teil schwer jedes mal wenn ich in dem teil bin ja egal welcher schwierig jetzt gerade dabei sind nicht aber jedes mal wenn ich an dem punkt wenn man was für eine aufregung kommt hier noch gefunden ab was denn erste hilfe heils bitte ich dachte wessen gegner jetzt noch ein kraut ich habe keinen platz mehr ich werde die tür öffnen kann ich uns heilen ja da haben wir mit vollen ap der letzten kampf ja da hast du hast du bist schruttgewehr munition ja dann gebe ich dir danke mal gut vorbereiten ok ich meine uns mal hoch so warte dann gebe ich dir noch dass hier es gibt die granaten ja nicht gewundert soll granaten cool ok dann sind wir bereit ich bin bereit was war der aufregung das schlimmste haben wir hinter uns glaube ich ja jetzt kommt halt noch der kampf gegen wesker denn denn ja lass deine deckung nicht unten wenn sie mich auf nahm ich habe zwei besten ich weiß nicht ob du den film noch gut im kopf hast ich glaube irgendwie ein paar szenen hier sind auch im film was auf die sonnenbrille ich habe seine sonnenbrille gefangen abo wof wir sind ja 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 du ja 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 es läuft gerade nicht so gut so eine coole sauf mit voller fählen für den typen ich bin schade den anderen teil nicht mehr vorkommt zu 7 und 8 und soweit was du drauf hast direkt ins gesicht geschossen noch gar nicht so viel schaden und vorbeilaufen wir müssen irgendwie blenden glaube ich und das irgendwie dunkel machen dann kann er uns nicht sehen hebel ist kaputt ich habe ja was schönes ok werfer das klingt noch ganz nach meinem geschmack hat man seiner nähe nein ich steile ausgewickelt ist aber damit auch nicht ja ich glaube damit den auf die drauf schießen kannst du bleiben lassen das wird nicht so viel ich glaube auch nicht ich mache endlich da aus ja ich glaube das ist auch konnte gar nichts machen ich glaube und die säure granaten werde ich glaube ich auch nicht mehr brauchen den granatwärter auch nicht jetzt mal alle schätzen verkaufen ja so viel warum eigentlich nicht gegen den muss noch mal meine mp hochballern moment und ich kaufe noch zur sicherheit ein erster spray ok davon kann man ja nie genug haben ich bin bereits dann bin ich bereit diesmal schießt er nicht direkt auf dich ja macht die lichter ja aus damit wir den seine nicht ausklipsen können der ist eigentlich nicht so schwer ich bin ja ich weiß ich weiß dass er nicht sehr schwer ist da musst du halt irgendwie die lichte erstmal muss man die lichte ausschalten damit er uns nicht mehr sehen kann wer trägt sonnenbrillen von daher sei er sehr oben nein das war kennt man von milzern naja den haben wir immer brauchen also ich war ja durch ich wollte mich ich folge dich wenn du hier hebel siehst wo licht noch ist ganz ja ausmachen was aber ein 1 das glaube ich kaputt auch hier sagt man einfach ein bisschen weg rennen ja ich glaube er hat uns aus den augen verloren oder glaube ich muss mich jetzt an den rand schleichen naja war ruhig und ja ich würde ein bisschen von von dem wegrennen jetzt ja auch wenn wir paketen auf uns ohne raketenwerfer ja weil warum denn auch nicht ich bin ja aus treffen naja nein ja beim ersten mal funktioniert da glaube ich nicht und der paket werfen positionen machen wir damit vielleicht so ich glaube ich kann ich dein ding aufladen muss irgendwie was machen ich mach mal hier sag nein jetzt hat ihn fest gewinnen schuss dabei müssen wir ein paar mal machen doch hast du doch ein bisschen position besorgt uns bitte doch mal mal etwas ich versuche ihn hier zu beschäftigen die sind in diesen beträgen ganz oben sind welche um sind ja kommt man mit nach oben nach oben hat den kann man ganz ausmachen also löcher mesker warte ich schieße auf ihn ja wohl noch eine ja siehst du den typen ja ach was ist doch der absolut ich glaube ja um sieht er uns ja dann müssen wir da eben hingehen muss etwas druck leist aber warum bist du nicht untergegangen ich habe ich noch nie im leben naja hatte ich hier kaputt getreten ja ein bisschen